video, hallo und hallo! Neues Video, herzlich willkommen! Alter, wo befinden wir uns hier gerade? Wir sind in einem Freizeitpark, Centosa. Es ist ein Freizeitpark, oder? Achso, wir sind auf einer Insel. Auf jeden Fall sind wir jetzt gerade in so einem Lift, den man bei uns in Deutschland eher als das kennt. Man fährt auf dem Berg und fährt mit Skiern oder Snowboard wieder runter. Da es hier aber warm ist, werden wir gleich auf einem... Looch! Es ist so ein... Wie in Angst, oder? 5 Minuten. Sieht aus, wird gleich runterfallen. Ja! Boah, hier ist ja richtig Dschungel. Wir fahren jetzt zehn Minuten lang hier hoch, hat unser Kumpel Tenner gesagt. Die kennen vielleicht noch aus den Vlogs von Julien. Ich erinnere mich tatsächlich an deinen Vlog, und das waren so ähnliche Bilder. Ja, cool. Alles klar. Dann schaut's doch einfach bei Ju. Tschüss. Wie geil ist das denn? Somebody died there. They're bringing the bones back. Yo, da sind die fetten Schiffe im Hintergrund. Das batelt hier gerade so hart. Was ist in deiner Hose, oder was? Was ein Joke, Alter. Boah, heute wieder ein Witz. Wieder ein Stiffen. Was? Die ganze Zeit so Joke? Ist kein Joke. Boah hat uns einmal erzählt, dass er einen Stiffi gekriegt hat. Na, okay. Denn he knows I'm gonna put this shit in the video. Ich bin so glücklich, wie ein richtiges Sonnenkind. Ich fühle mich grad wie so ein kleines Kind in Disneyland. Tenner, is there anything you wanna say? Hey, for the German community. Guten Tag. Das Netz ist dafür da, falls Aura gleich runterspringen sollte, weil er wieder einen Stiffi kriegt in der Hose. Ich krieg keinen Stiffi in der Hose. Und sich dann selbst hier aus dieser Bahn katapultiert. Ja, wir sind hier gerade auf dem Mount Everest angekommen und werden nun mit brachial Gewalt und 400 Stundenkilometern mit diesen kleinen Buggys jetzt runterfahren. Gerade wurden wir beim Hochfahren fotografiert. Sie so Fettflecken drauf. Hallo. Im Foto gemacht haben wir uns natürlich direkt eins besorgt. Ist ja verschwommen. War der Fotograf besoffen. Aber es ist nice mit den Schiffen hinten. Ist geil, ja. Bauer hat die Augen zu. Ah ne, der hat so kleine Augen. We need helmets? Okay, wir brauchen einen Helm. Ist aus wie so ein Super Mario-Pilz. Es sind genau vier hier. Jo, jetzt mit einer Hand. Jo, ist ja wirklich stressig. Oh, nach vorne ist aufbremsen. Alter, mit einer Hand ist ja unmöglich. Wait, where are we going? Drakontrail? Wir gehen in einen schwierigen Path. Nice. What's going on? Alter! Wow! Ist das schnell! Ach, guck dir Schuhe an. Den Spaß sieht da vorne. Ich hole dich! Oh, ich kann's nicht. Alter, man kann ja null lenken mit einer Hand. Alleine slow down, motherfucker. Okay, I don't slow down. Oh shit, jetzt kommen hier noch andere aufs Feld. Okay. Alter! Boah, ein dicken Crash gebaut gerade. Ja, da hab ich dich eingeholt. Mega Muskelkater mit einer. Halten wir die Scheiße. Ist Bauer gecrashed? Oh, ist gleich tot. Oh shit. Oh, nice. Und weiter geht's. Wir befinden uns jetzt gerade hier irgendwo im Urwald. Auf jeden Fall gibt es hier eine richtig geile Hängebrücke, Freunde. Oh, gerade ein fetter Bug. Gegen meine Kamera geflogen. Die geht jetzt über diese kleine Bucht. Boah, ich muss hier weiter. Boah, sind das viele Leute. Wir sprechen richtig viele Mandarinen Chinesisch. Ich verstehe alles, was die sagen. Wow, nice. Look at this. Lass mich durch. Was sind das hier? Tempelanlagen? Das ist der Bauer. Jetzt hängt der da an diesem... Was geht denn da? Hä? Bau? Was? Ja, das kannst du doch nicht bringen. Sind die nicht am FKK-Srat? Boah, lass mal hier hoch. Ist krass. Freunde, genießen wir erstmal ganz kurz diese Aussicht. Diese Lampe. Die ist von 1932. Hängt immer noch da. Nein, was ich sagen wollte, ist richtig krass. Werner hier sagt gerade, ja, ist nix besonderes für mich. Wie krass es eigentlich ist, dass Menschen, die an solch einem Ort wohnen, den Strand gar nicht so besonders finden, wie wir, die in der Stadt wohnen oder irgendwo auf dem Dorf oder so. Und für uns ist nix besonderes. I'm talking bad about you. No, I'm not. What is really cool for you? What sort of landscape? Things I've never seen before. I've never seen a storm, man. Really? Really, really. Alter, krass. Rate ihn doch mal ein nach Deutschland. Hab ich doch schon. Und? Es ist gekommen. Next time you come to Germany, willst du das? No. No. That's why he never came. That's why he never came. That's why he never came. Hey, I have no idea. Mr. Diner, man. Lass uns zum Strand runter jetzt. Richtig meine Glocken wedeln. Komm, let's go. Boah. Freunde. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Wir sind gerade auf einem Night Market. Habt ihr du eigentlich schon mit diesem Hut gesehen? Könnt ihr meinen Kommentar schreiben, wie du da mit diesem Hut aussiehst? Ne, setz dich mal auf da. Die Leute wollen das sehen. Könnt ihr mal alles komplett sehen? Nehm mal die Hand aus dem Gesicht. Ehh, der schüchterner Junge. Wir haben uns hier gerade Sugarcane Drinks geholt. Die sind richtig lecker. Unser Tag ist noch nicht zu Ende. Es wird gleich was richtig cooles folgen, wenn wir zurückkehren zum Hotel. Wenn ihr noch mehr Impressionen sehen wollt von diesem Night Market, da werde ich jetzt nicht aufnehmen. Dokumentiert das im Detail. Dann geht ihr mal auf Baus Kanal. Der hat dann alles für euch parat. Wir chillen, wie gesagt, jetzt noch ein bisschen. Neue Leute haben uns wieder Trockenabstellt. Wir werden jetzt hier noch so ein bisschen am Markt chillen, ein paar Sachen essen und dann werden wir nach zurückfahren. Da wird jemand vor Ort sein, den es brennend interessiert, uns zu treffen. Es ist soweit. Wir werden jetzt jemanden sehen, der sehr groß ist im Filmbereich. Wir werden jetzt einfach mal reingehen. Ist es dunkel? Oh, das ist cool. Nervosität macht sich breit. Wie geht's? 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 Hallo! Das ist speziell für Vloggen? Für Vloggen, ja. Video Vloggen. Oh, Video Vloggen. Du kannst es einfach um, dann sehen Sie die Kamera. Oh, ich sehe. Das ist eine sehr gute Qualität. Das ist ein Honor. Es ist ein Honor. Oh, shut up. Es ist. Es ist. Du bist so gut. 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 Oder du fühlst du zu viele Leute in die richtige Richtung? No, weil wir die gute Leute. Oh! Wir always direkt die Leute in die Richtung. Well done. Das ist das wir. Danke, danke. Oh, Ron Howard. Wow, das ist cool. Du kannst diese Leute hier zurück. Du kannst diese Leute hier zurück. Du kannst diese Knuckleheads. Ja. Ein bisschen Kamera-Move. Ja. Wie geht's? Ja. 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 Hier ist er. Ein sozialer Influencer. Ah, Freunde. Schau dich an. Das ist krass. Das ist krass. Ron Howard. Das ist Tom Hanks. Es ist krass. Es ist krass. Es ist krass. Einfach hier in der Mitte stehen zu dürfen. Boah. Das ist eine Gänsehaut. Danke. 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 Take care, Leute. Mein Mund ist so trocken. Ich kann gar nicht reden. Das ist halt versabelt gerade. Das ist richtig geil. Heftig. Ich gehe jetzt schon nachschieden. Bye.